äh, snipe? wuhu miau herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Speedrunners aah 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 super fast you run super fast super speedrunners modus was ist das denn? oh Gott, die heilige Bibel des Dröbel-Schröders ja oh Gott, ich bin ich bin zu Tränen gerührt das ist du hast die heilige Schrift gebracht aber das ist nicht nur Optik ja echt? lol, ich kann sie ich kann sie verfassen kipp mal auf das schwarze Symbol das schwarze Symbol lol wo bin ich? was hast du mit mir getan? der Server ist abgestürzt alter, wo bin ich? wieso, Hadi wieso wo bin ich denn jetzt? stein hin das war keine gute Runde das sind meine Eier, die in dein Arschloch klatscht, Junge ich glaube er hat das deine Hände so ich glaube er hat das deine Hände so ne 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 Peter boah Peter, jetzt gleich kommt die böse oh Geist was? ich verhörte ja das Spiel ist einfach behindert da könntest du im Peter's Ton voll richtig merken mit dem was richtig geschmeckt hat ja voll die Frechheit voll die Frechheit jetzt bin ich schon wieder gestorben, weil ich erst da war oh ich liebe das im Peter kann so nicht verlieren so das ist die coolste Kamera ja boah alter das war jetzt aber echt eklig damit höre ich jetzt auf warte aber der ist zu unkompetent da hoch zu kommen pass mal auf oh neiii jawoll jawoll mein Sieg hahaha hahaha die hat er runtergesprungen boah Peter das hätte so einfach sein können oh neiii ist es so wenn du Hadis Mom halt zwei Monate lang nicht gesehen hast hast du auch richtig Heißhunger boah das ist aber auch richtig Heißhunger du kriegst ja schon Harten dran wenn du dran denkst ja richtig sehe ich auch so schon hahaha lustig lustig tralalala hat nix mit lustig zu tun ihr wollt gar nicht wissen wie oft ich mir einen runter geholt hab weil ich die Hand gesehen hab in dem Wasabi Video das stimmt ich auch weißt du dir diese Hand hat mir schon so viele Momente beschönert ne komm schon Jay, laber doch nicht du warst von Hadis Kindinterpretation so angetan ne überhaupt nicht ich fand diese grazilen Hände weißt du wie sie ich hab daran gedacht wie sie meinen Penis umschließen wow wat alter langsam wirds echt creepy Jay richtig creepy Kalkofe mhm lol macht ja gar nix mehr ne hier sind ok pass auf hier sind drei Schalter WTF also was geht denn jetzt ab hier sind drei Schalter nebeneinander alle anderen und zwar alle alle die dieses Spiel spielt benutzt den Hook gleich mal wenn er das nicht eiskalt abgefertigt würde ich sagen das hat meine Mathelehrerin mir mal gesagt vielleicht weil er in FIFA verkackt hat also ich fragte was das sollte sein wie Jay einmal gewonnen hat und wir das glaube ich tausend Folgen freuen ja reden alle durcheinander ja ohne Spaß jetzt hab ich Christian nicht verstanden ich hab mich auch mit Jay unterhalten oh mein Gott alles Huren hier ach ja die kommen dann nach von der Seite hier oder in den in den Mastfabricator den wir dann anschließen ja ja ähm ich versuch dann nur den Zuschauern zu erklären ihr blöden Pisser ich hab da gar nichts dagegen gesagt du Arschloch aber dann aber dann läuft da aber dann läuft da aber dann läuft da keine Lava da rein oder boah du bist so ein Wichser ohne Spaß ne das fand ich nah gemacht du kannst doch nicht dem Behinderten noch seinen Gehstopp wegnehmen ey ohne Spaß jetzt wutzers was macht der denn da für ne Scheiße gar nicht ja boah ach komm Peter wir können die beiden noch alle ficken wir können die beide noch richtig ficken Peter oh winselst du um dein Leben geh auf die Knie geh auf die Knie geh auf die Knie geh auf die Knie also kannst du richtig tief in den Mund nehmen und dran saugen so wie das tot grad bei meiner Shotgun gemacht hast wenn du jetzt rein hypothetisch rein hypothetisch power so machen würdest ach so siehst du grad die Torches ja dann würden zwei also dann würden immer zwei von drei nach grün gehen und einer von drei nach gelb und einer ach im Ernst das ist ja Witze ja ja bremmy was sollte ich jetzt für ne Pipe wenn wir was essen seien ord테in ain kurz Ich könnte mich halt am Arsch lecken. Vor allen Dingen, wenn du dich hier, wenn wir uns jetzt zweit einbukern, einer checkt das ab und ich checkt unten, dann sind wir glaube ich relativ schwierig hier weg zu holen. Da unten rennt Jake. Na gut, aber macht ja nichts. Hololoi. Und eins, zwei, drei. Genau, das müssten wir jetzt vorbereiten, weil ich bin jetzt so weit gekommen in den letzten Aufnahmen, wie ich jetzt bin. Nur ich hab halt... Ich hab ne Aussage. Classic Zap. Zupft ihr eure Arschhaare? Keine Kiste. Oh, Tatsache. Okay Peter, Sharpness 10. Oh shit. Sharpness 10? Ah ne, 8. 8, tschuldigung. What the fuck? Wollte es gar nicht geben. Gibt kein Sharpness 8. Hab ich. Ich hab zweimal Sharpness 4. Dann hast du kein Sharpness 8. Und das... Natürlich. Trust me. Ja ohne Spaß, jetzt versucht er hier, dass er versucht uns zu scannen. Oh, ich brauch ne Kopfschmerztablette. Ich muss aber auf den drauf springen. I don't like this very much. Ich hab ne Rifle, die ist äh, am Norden, Westen, Osten, Süden. Nein. Nein. Warte, du Lappen. Oh, scheiße. Ich dachte das überlebe ich. Ich war schon der letzte. Ja. Oh nein. Da holt er mich. Peter, hast du vorbeigezogen? Der Peter hat mich überholt. Aber... Aber... Alter Peter! Alter Peter! Du hast mich in die Luft gedrückt! Du hast mich in die Luft gedrückt! Peter! Was tust du? Willst du mich voll verarschen? Das ist ja wohl ein Scherz! Das ist ja wohl ein Scherz! Das ist doch Hammer! Dann drückt er mich in die Box! Dann drückt er mich in die Box! Ey! Das ist ja wohl der Obershit! Ey, das ist ja wohl... Ey, das... Ich finde, du hast auch mal einen... ...zureißlichen Boxenstopp verdient. Also... Also... Ey, jetzt mal ganz ehrlich! Ohne Spaß! Du fühlst doch mich eigentlich! Also... Nee! Peter! Tatsächlich... ...is halt... ...die Sache, dass... ...irgendwie... Jetzt kommt's! ...irgendwie... ...die ganze Zeit das Getreide nicht da bleibt, wo das ist. Ey, warum geht denn das kaputt? Das scheiß Getreide! Das geht immer von alleine weg! Oh nein, Adi! Du hast halt nicht genug beleuchtet, Adi! Du musst halt beleuchten! Das könnte echt sein! Vielleicht hast du da nicht genug... ...Licht gemacht! Vielleicht hast du nicht genug gegen Brammen getan! Diese kleine Hure! Wow! Es ist... Nein! Über eine Gasse spielen! Es ist so schrecklich! Auf jeden Fall ist das Spiel deutlich spannender! Scheiße! Ich wollte nicht abgeschossen! Das ist so schrecklich! Ich wollte nicht... Kannst du damit jetzt irgendjemanden verarschen? Ich wollte die Zuschauer belustigen und... ...der Rest fand's auch lustig, Adi! Achso! Okay! Ja, das ist ja schön! Ja! Ich sag mal, schönes Spiel! Ne? Ich fand's auch schönes Spiel! Danke fürs Spielen auch an die Restlichen! Vor allem bei Hadi vergnügen! Alles klar! Hurra! Ich auch! Wenn er zu langweilig ist! Wenn man was wiederholt! Vielen Dank fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Haut rein! Schnauze-Peter! Da war kein Pokal, oder? Klammern! Pätschern! Vielen Dank.